Oh, mein Rücken, die Großen kennen das, ich muss mich mal wieder hoch, Achtung, hochdrehen. Seht ihr das Karo? Oh, das sind jetzt noch nicht viele von den Großen, die sehen das ja gar nicht. Seht ihr dieses eine Karo? Ja, das ist schon mal gut und schon hast du vier Karos auf der anderen Seite, vier auf der anderen Seite und jetzt passt auf, Zauberei, drei auf dieser Seite, seht ihr die drei? Und sechs auf dieser, war zu schnell, war zu schnell, ich mach's nochmal. Also der Amerikaner sagt, du musst ein Karo auf die Seite malen, dann hast du vier Karos auf diese Seite, seht ihr die vier? Dann hast du drei auf die Seite und schon hast du sechs auf die Seite gemalt. Was? Oh, fünf, oh, ich hätte besser üben sollen, ausgerechnet jetzt für euch in St. Josef. Ja, habt ihr gesehen, ne, oh, so hab ich's gemacht, oh, ich hätte besser üben sollen, oh, nein, ausgerechnet bei euch. Aber hat der Amerikaner gesagt, du darfst nicht den Fehler machen, nicht den Fehler machen, drei auf die Seite, dann klappt der Trick nicht mit drei auf die Seite, du musst nur fünf auf die Seite haben, dann klappt der Trick. Oder zwei auf die Seite, mit zwei klappt der Trick auch, wunderbar. Du darfst nicht den Fehler machen, eine Karo nur auf die Seite, dann klappt der Trick auch nicht. Und wisst ihr was? Wenn wir jetzt gleich mehr als fünf Karos auf der anderen Seite sehen, dann können wir weiter zaubern, okay? Sieht jemand mehr als fünf Karos? Ja! Dann machen wir weiter! Dankeschön!